Hallo und herzlich willkommen. Hin und her gerissen sein. Was soll ich bloß kaufen? Eis oder Torte? Ich bin hin und her gerissen. Ich kann mich nicht entscheiden. Ich weiß nicht, welche Wahl ich treffen soll. Ich bin unentschlossen. Hin und weg sein. Das Konzert war wunderbar. Ich bin hin und weg. Ich bin sehr beeindruckt. Nach langem hin und her. Nach langem hin und her konnten sie sich einigen. Nach langer Diskussion. Nach Austausch unterschiedlicher Meinungen. Nach intensiver Überlegung. Hin und wieder etwas tun. Hin und wieder fahre ich mit dem Zug. Ab und zu. Gelegentlich. Manchmal. Von Zeit zu Zeit. Tschüss, mach's gut und bis bald.